So, moin Leute, ähm, ich melde mich auch seit langem wieder auf YouTube zurück, äh, Apex Season 2 ist absolut geil, ähm, es hat mich wieder absolut gepackt, wir beenden den heutigen Stream, absolut erfolgreich, wir sind Platin, als wir haben's geschafft, wir gehen jetzt auf Diamond zu, und, äh, ja, ich hatte heute tatsächlich die beste Runde im Ranked überhaupt, ja, also Apex Season 2 quasi meine beste Runde mit Survivalz und Fumilo, ne, ähm, das war echt der Burner. Schaut's euch selbst an, ich wünsch euch viel Spaß, ich würd mich wieder, wie immer, über Rückmeldungen freuen, über ein Like, über ein Follow, über alles von euch. Vielen, vielen Dank, und wir sehen uns das nächste Mal im Stream, haut rein. Ich hab einfach wieder nichts. Tito. Ah, so eine Prowler hab ich jetzt, aber das war's dann auch. Oh, hier kommt auch ein drittes Team jetzt. Ich versuche, nur noch rüberzukommen. Top, 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 yo. What? Was ist da? Ja, da ist vor der Tür. Ja. Ich block, ich block, ich block, ich block. kann auch ein Roden ausbauen können. Kann ich noch mal rein, das Boxen, hör'n. Die allen sind, ähm. Da ist wieder rüber auf die andere Seite. links ich komme wieder die haben so kassiert wieder man glaubt mal wirklich nicht dass sie sterben wollen irgendwer schießt noch auf mich ich denke was ist da los man ich kann es abgeben wir müssten noch ein team irgendwo sein ne gegner hinter euch die chasen kann ich noch nicht ja gegner gut die kommt ich bin noch nicht mal vollgeheil wer ist von der daun ich habe einen erwischt einer im haus wirtschaftspsychologie läuft ganz gut also passfinder ist genockt ich weiß nicht wo der hin ist da ich sehe es ist einer auf der treppe im haus ist einer einer ist glaube ich noch im haus ja ja einer ist einer one shot one shot im haus oder wo bei mir beide einer ist one shot watson 145 hier und hauptsache hauptsache uff dega die bitch alter die wollte mich aber ordentlich nerven hier die wollten mich aber ordentlich nerven sag ich euch alles runter gehen zu 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 bei uns da oben ja du die laufen jo na fuck man letzter craber schuss ich verfiggert alles man hier in dem kleinen haus ich habe keine craber mehr headshot das ist aber ein anderes team da müssen wir aufpassen der hat kein shield mehr außer da vorne von rechts auf von rechts noch von rechts noch bei die formido der octane pusht hier hat 84 bekommen die push mich jetzt hier ja low 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 der finder low der finder down octane kein shield octane low one shot hab ihn hab ihn da ja ich werd hier kommt jo ich bin da uah ein team da von oben hängt da oben von oben ja hinter mir noch ja ja shield muss auch alter wir müssen mal kurz in Seite eben clearen alter da ist die craver drin ich wundern ok sag dass du bloody blau kippisch drin war nächstes team nächstes team von hier fernrüstung ref lifeline ist white weite rüstung ab ihn da unten äh korstig gras korstig gras hier bei mir äh ja hier unten korstig ist das muss kurz gehen korstig hat 1 hp leute ist unten drin ist unten drin ja schönes Ding noch einer noch einer ja fuck die slow slow jo schönes Ding was ich reds schöne runde leute ich zieh ne zipline hoch ans andere ende da das wir ein bisschen von hinten ran piepen können unter uns unter uns unter uns und oben aufm berg da headshot headshot hit von jo digger im jump hat der bekommen schieß auf shit schieß auf shit wir müssen ihn knock bevor der gerätzt wird nein 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 kelly bitte wo ist er ah schönes Ding der hat im scheiß sprung nach unten oder im fall nen header kassiert einer keine rüstung beide haben keine rüstung pushen jo einer knock linke seite hat sich weggezogen geht nach hinten weg jetzt fahne hier der hat wieder rüstung der ist irgendwie nach unten der ist hier unten weg gerannt irgendwie der ist hier unten bei mir leute falls ihr herkommt können wir den schnell finishen slow hat 100c bekommen jo schönes Ding leute schönes Ding die sind immer noch gewonnen epische epische rüstung hier drin hab ich habt ihr da ich hab n länger nirn rucksack noch bekommen alter ohne scheiß du sagst der typ auf der mauer hat nen headshot ich geb ihm noch nen bodyshot im sprung nach unten kassiert er hat einfach noch nen headshot so geil die müssen noch hier unten noch drin sein oder schätzt ja die sind hier drin ja die sind nach oben nicht 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 hochgehen oh junge ich hab ne elster haben aber auch gut kassiert ich bin halt fast down ne die haben ne ult glaub ich geworfen ja ja pass wenn er low pass wenn er nobbed ganz ruhig kannst du von hinten druck machen ne ne kostet kass wahrscheinlich low one shot one shot hab ich ja noch einer in meck schönes Ding leute mach den scheiß mal kaputt bitte na egal ne ich bin auch einfach durchgelaufen einfach rein alter schönes Ding freunde ne echt richtig geile runde man hammer hammer geil und ja ja hat hits da ist da ist da ist low die runde kommt oh muss hier die ist runter geschwungen rechts down da ist noch einer da der ist alleine broken ammo headshot äh one shot der heal der heal ne ne richtig ultra heftige runde alter holy shit hammergeile runde man ich kanns nicht fassen das war so eine ultra heftige runde die runde holy shit man 25 kids 25 kids 25 kids wir haben fast die hälfte der lobby gekillt und der damage alter nach